Dieser Basketballspieler hat nur einen Arm. Das ist Emmanuel Hansel und er ist bekannt als Top-Basketballspieler, obwohl er nur einen Arm hat. Emmanuel ist so talentiert, dass er trotz des Nachteils seines fehlenden Armes in einer regulären Basketballmannschaft spielt und ein vollwertiges Teammitglied ist. Obwohl es viel komplizierter ist, mit nur einem Arm zu werfen, ist er extrem treffsicher. Auch im Dribbling ist er besser als die meisten Spieler und lässt regelmäßig seine Gegner und Fans staunen. Findest du, er sollte in die NBA?